Was für ein erster Tag hier bei Wireless Germany in Frankfurt im Rebstockpark. Ganz ehrlich, es hat sich sowas von gelohnt heute hier zu sein. Wir hatten Materian Kasper, Lil Baby, gerade spielt Travis Scott. Eine mega, mega Show, ein super Line-Up. Aber morgen geht es auch noch weiter und zwar mit Cardi B. Wir haben morgen Bowser am Start. Es gibt so viele geile Bands, also auf jeden Fall dabei sein. Es lohnt sich. Peace out.